Nach der Trennung von Oliver Pocher soll Amira Pocher nun ausgezogen sein. Auch eine Katze hat sie sich zugelegt. Nach Trennung. Amira Pocher soll ausgezogen sein. Diese Ehe scheint nicht mehr zu retten zu sein. Amira, 31, und Oliver Pocher, 45, gehen seit einigen Wochen ganz offiziell getrennte Wege. Ein etwaiges Liebes-Comeback scheint nach den neuesten Veränderungen wohl nicht mehr im Raum zu stehen. Alles begann schon damit, dass der Comedian seiner noch Frau zum Geburtstag einen emotionalen Post auf Instagram widmete, in dem er erklärte, er habe als Ehepartner versagt und wäre gerne noch lange der Partner an deiner Seite geblieben. Die Moderatorin reagierte öffentlich erst einmal nicht auf den Brief. Im gemeinsamen Podcast, den die Pochers trotz der Trennung fortführen, erklärte sie. Dann habe ich auch noch sehr, sehr schöne, emotionale Zeilen gelesen von dir und musste dann erst mal, ja, klarkommen. Zum Klarkommen gehört wohl auch dazu, die Trennung Stück für Stück zu finalisieren. Dazu gehört auch der Auszug aus dem gemeinsamen Heim. Amira Pocher ist jetzt Katzenmama. Wie Bild erfahren haben will, soll Amira aus der Villa ausgezogen sein, in der sie die letzten sieben Jahre gemeinsam mit Oliver Pocher und den beiden Söhnen gelebt hat. Laut der Zeitung soll die 31-Jährige derzeit ein gemietetes Haus in der Nähe bezogen haben. So würden beide Pochers in Köln bleiben, was es den gemeinsamen Kindern erleichtert, zwischen Mama und Papa hin und her zu pendeln. In den neuen vier Wänden kann Amira nun Regeln ganz nach ihrem Geschmack aufstellen, ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen. Das scheint sie direkt genutzt zu haben, denn bei ihr ist ein neuer Mitbewohner eingezogen. Die Moderatorin ist nun stolze Katzenmama. Das teilte sie ihren Fans auf Instagram mit und bat diese im gleichen Zuge darum, ihr Namensvorschläge für den schwarzen Kater zu schicken.